so willkommen zurück und jetzt machen wir weiter wo wir letztes mal stehen geblieben sind okay man hat ja schon gesehen zankerei im letzten part und natürlich macht sally jeden an also nicht schuhgemantel so okay wie er sofort anspruch findet ups wartet habe vergessen timer zu stellen mein handy ist aus versehen ausgegangen 13 minuten ab jetzt noch ich freue mich schon auf diesen part in dem wir schleichen können das sogar also ich glaube das gehört rave hier diese jachten okay also ich freue mich wenn wir schleichen beim schleichen bin ich so richtig gut gut nein nein okay beim schleichen bin ich nämlich so richtig gut weil naja taktisch kann ich schon besser als einfach nur drauf schießen so bin ich halt ein taktiker schleichen ich bin gerade so richtig leise damit die atmosphäre geht ich bin mal kurz heiße ich bin ausversehen in den kreis gelaufen nein meine orientierung okay ich würde das lieber nicht machen weil irgendwann hätte ich dann platzangst irgendwie wo ich keine platzangst habe wo denn jetzt liegt hier etwas brauchbares das ist ja das ist ja großartig na toll sam sally seid ihr da gottverdämmt junge wo zum hanker warst du bin am ziel ein paar mal ich brenz nicht aber wenn du den strom abschalten willst ist jetzt die zeit okay dauert aber noch einen moment bis ich an den kasten rankommen uns bleibt kein moment rave spaziert hier gleich mit unserem kreuz raus warte was rave rave ist hier ja rave ist hier und im moment ist er der höchst bietende dann überbiete ihn ja womit so viel geld hab ich nicht sally wir stehlen es weißt du noch und wenn er den bluff durchschauen wird er nicht wir sind bei 90.000 höre ich ein weiteres gebot Leute wenn wir das kreuz nicht kriegen bin ich so gut wie tot ja und wenn ich den zuschlag kriege sind wir alle tot sally du musst mir mehr zeit verschaffen schatz raum ihr zum ersten zum zweiten was halt wehnen 100.000 euro sind geboten grazie höre ich weitere gebote das gebot wiegt bei 110.000 euro ja wer A sagt muss auch B sagen keine sorge du bist im nur da raus das hoffe ich finde ich auch hey muss das schloss auch brechen warum nicht und Mist schnell mir helfen bei 140 los mir helfen schnell hier gebot bring uns auf 150 wie es war doch beim letzten mal hier muss eine sein muss auch was sein und das ist ein das ist ein das ist ein zu viel ja einen moment hallo es sind 150.000 ja endlich ja nur bei 180.000 euro Mist mein Handy wird verdreht schnell 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 jetzt sind wir alle pleite irgendwann aber wartet ich muss kurz meinen kopfhörer richten tut mir leid ach dankeschön für den geduld jetzt kommen wir weiter ok Victor. Dachte schon, ich muss dich kalt machen. Okay, versauen wir also dem Arschloch den Abend. Sonst noch jemand? Und zum ersten? Zum zweiten? Und verkauft für 500.000 Euro. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie ruhig. Der Notstrom wird sich gleich einschalten. Es ist weg! Weg da! Aus dem Weg! Haltet ihn! Hey, haltet den Kerl auf! Was tun Sie denn? Sie lassen ihn hin kommen! Sprechen Sie! Gut. Sam, sag, dass du das Kreuz hast. Der Heilige Dismas ist hier bei mir. Sag hallo. Wir haben in ein Harnis-Nest gestoßen. Der Ballsaal ist abgeregelt. Oh, jetzt kommt, äh, hier ist Security. Schleichen! Yay! Ich hole den Wagen. So am Schleichen bin ich ein perfekter Mann. Nur wenn ich's versaue, bin ich ein toter Mann. Hahaha. Boah, ha. Ja, ja. Okay, Leute, geh' mal. Boah. Beinah. Okay, hier ist erstmal scheiße, weil die jeden untersuchen. Jeden Winkel. Da muss ich erstmal ein bisschen weggehen. Da muss ich einen Überblick finden. Okay. Okay. Hier ist keiner mehr. Da oben. Wir müssen noch warten, bis hier ein paar weggehen. Genau, die Stelle, wo ich bin, ist ja wie beim Spielen immer so. Okay. So, knapp. Wie soll ich jetzt rüber? Damit's schnell ist. Ah, okay. Los, Nathan. Ja, Stealth. Stealth. Stealth, wie komm. Also, ich geh' lieber hier außen. Da hat man einen besseren Überblick. Und runter mit den Nathan. Hier, hat man einen besseren Überblick und wird nicht sofort entdeckt. Denn, man kann man hier runter schnell. Nathan, runter. Runter. Und jetzt, seht man hier. Da, da, da. Die sehen uns nicht. Ich bin Schleichkünstler. Okay, ich sollte lieber nicht so angeben. Das könnte noch schlechte Folgen haben. Los, dreh, dreh dich. Genau. Okay, wie komm ich hoch? Oh. Wie soll ich jetzt rüber? Oh, das war knapp. Aber wie komm ich jetzt hoch? Ach ja, hier muss ich hin. Aber ich hab irgendwie Ding da oben gequillt schon. Egal. Eins. Zwei. Okay, noch nicht. Zwei. Drei. Oh, das war knapp. Okay. Machen wir weiter. I love stealth. Ich dachte schon. Knapper ging es nicht. Okay. Jetzt hoffe ich. Ich kann wieder mal ein paar Überfallen. Okay, nicht überfallen. Mäucheln. Okay, ist auch ein bisschen. Ah, egal. Hier. Sucht es mal ein. Genau so, Nathan. Was war das denn für ein Geräusch? Ach ja. Das, wo die zehnmal kommen. Zehnmal gleicher Auto wegfahren. Hier. Schon wieder. Kommt gleich noch eins. Nein? Okay. Wow. Kommt noch mehr. Oh. Mist. Ähm. Okay, ich weiß nicht, wie ich das mache. So. Okay. Taktisch vorgehen, mein Freund. Lieber schnell weiter. Das beste Weg ist bei Uncharted immer oben bleiben. Okay. Alles gut. Niemand hat mich genau gesehen. Ich mache einfach auf Kuh und spaziere direkt hier raus. Oh. Excuse. Sie dürften gar nicht hier sein. Oh, Sie aber auch nicht. Ich sag Ihnen was. Ich sag's keinem, wenn Sie es keinem sagen. Sie haben etwas, das ich will. Und Sie werden es mir geben. Wirklich? Tja, das schmeichelt mir. Aber ich bin leider vergeben. Sehen Sie, wenn Sie mich jetzt entschuldigen. Ja. Ich bin nicht in Stimmung, das Spielchen. Geben Sie mir das Kruzifix. Lady. Ihr Glück, dass ich ein Gentleman bin. Sonst will ich... Oh. Okay, gut. Aber wissen Sie, ich will das nicht tun. Na, dann zeigen Sie mir eine. Okay, jetzt kommt ein Kampf gegen Sie. Eigentlich können wir gar nicht gegen Sie gewinnen. Ist das blöde. Aber das sehen wir jetzt im nächsten Part. Ciao.